Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Sirius, das neben mir ist mein Pferd und heute geht es um ein ganz brisantes Thema. Heute geht es um das Thema Cheaten in Skyrim und ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. An der Stelle sollte ich vielleicht als erstes mal erwähnen, dass ich meine viel Spaß beim Video und nicht viel Spaß beim Cheaten, aber das kann meiner Meinung nach jeder in einem Singleplayer-Game für sich selber entscheiden. Ich werde euch heute den Level-Loss Tower einmal ein ganz klein wenig vorstellen. Das ist eine Mod für den PC, bei dem ihr quasi fast uneingeschränkte Möglichkeiten habt, was dieser kleine Turm vor uns zunächst so gar nicht offenbart. Also da steckt wesentlich mehr drin, als es von außen den Anschein macht. Ja, vielleicht eins noch vorweg, wenn die Türe euch fragt, ob ihr rein wollt, dann sagt auf jeden Fall, yes, let me in. Ansonsten werdet ihr einfach mal so zehn Meter weit durch die Gegend geschleudert, kann ich euch jetzt schon mal verraten. Wenn ihr einmal im Turm drin seid, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir können jetzt links runter gehen, da ist das Basement. Der Keller ist also wesentlich, wesentlich, wesentlich größer, als wie der eigentliche Turm ist. Das ist eben das, was ich von außen sagte, der Turm nicht vermuten lässt. Und wir finden hier ein Buch, das uns willkommen heißt. Dazu möchte ich vielleicht mal einige Sätze vorweg sagen. Also hier, der Level der Turm kann halt der Stein im Treibsand sein, sozusagen. Er kann euch aber auch vernichten. Ja, möchte ich jetzt mal so sagen. Also macht euch bitte das Spiel nicht selber kaputt. Ihr könnt hier als Level 1 reingehen und innerhalb von fünf Minuten als Level 50 wieder rausgehen. Damit würdet ihr euch aber eine Menge Spielspaß nehmen. Benutzt das Teil wirklich nur, wenn ihr ganz explizit wisst, was ihr da tut. Ja, also sonst versäumt ihr vielleicht eine Menge vom Spiel. Ganz einfach, indem ihr euch der Möglichkeit beraubt, hier irgendwelche Fähigkeiten selber aufzuleveln. Ja, genug der Warnung. Oben im Obergeschoss finden wir eine Karte, das funktioniert wie so ein Teleport-System. Also wenn wir hier eine der Hauptstädte anklicken, dann landen wir sofort innerhalb dieser Stadt. Wenn euch das hier zu dreckig sein sollte, weil das ist ja offenbar schon ein bisschen länger verlassen, dann könnt ihr einmal den Besen anklicken und schon, zack, ist es auch wieder Besen rein. Ich fange hier mal mit einer Sache an, die sich für mich jetzt zunächst nicht ganz klar dargestellt hat. Also man kann hier nicht neue Waffen hinzuklicken. Das ist vielleicht das einzigste, das muss ich jetzt mal gestehen, was mir eigentlich noch am Leveler Tower so gefehlt hat. Falls das doch irgendwie gehen sollte, dann weist mir das bitte mit. Ihr könnt euch lediglich eure Sachen sortieren lassen. Da kann man mal sehen, ich habe ein bisschen Gold. Ich weiß, ist auch nicht ganz ehrlich erworben. So, ja, also da könnt ihr quasi an diesen Boxen könnt ihr eure Ringe sortieren lassen, eure Waffen sortieren lassen und so, wenn ihr das noch im alten Menü irgendwie lustig durcheinander gewürfelt haben solltet. Das sind so Stationen, die sind dann schon wesentlich elementarer und auch für jeden Anfänger wie mich oder wie euch vielleicht nutzbar. Hier drückt ihr einfach auf den Knopf und schon purzelt hier der entsprechende gewählte Seelenstein heraus. Und solche Dinger finden wir halt wesentlich häufiger auch hier im Basement. Deshalb gehe ich jetzt mal runter in den Leveler Towers Keller und ich kann euch sagen, das Wichtigste kommt eigentlich am Schluss vom Video. Ja, also jetzt tut mir mal einen Gefallen, drückt nicht sofort auf Minute zwölf oder so, sondern bleibt noch ein bisschen dran. Ich habe mir hier Mühe gegeben, um das ganze Zeug hier zu zeigen. Ihr könnt den Leveler Tower dann auch wirklich als euer eigenes Haus benutzen. Ja, wir sehen hier eine Menge, Menge Truhen. Also ich glaube, so viele Truhen habe ich selten irgendwie gesehen. Das sieht ja mehr aus wie so ein Depot. Und dann sehen wir hier noch so kleine Schatzkästchen. Ja, die sind aber auch mit gar nichts gefüllt, sondern hier geht es einfach darum, wir können hier Dietriche spawnen lassen. Also ein Klick und da fallen die Dietriche schon runter. Ihr könnt auch direkt 30 Mal drücken oder 300 Mal. Und dementsprechend könnt ihr mit den Dietrichen an diesen kleinen Kästchen üben. Die sind halt auch in unterschiedliche Schwierigkeitsstufen eingeteilt. Der ganze Turm bzw. der ganze Keller ist hier mit so Gemälden versehen. Das finde ich ist absolut geil gemacht. Ja, das sind sicherlich irgendwelche Ingame-Screenshots, die nochmal auf Leinwand gezaubert wurden. Ihr könnt da sehen, ein gewisser Bereich ist noch gesperrt und alle anderen Sachen sind eigentlich schon frei begehrt. Das Display-Museum ist eigentlich dafür da gedacht, denke ich mir mal, dass ihr hier zum Beispiel diese gefundenen Masken ablagern könnt, irgendwelche Artefakte platzieren könnt. Und wir finden in jedem Raum eigentlich so ein Teleport-Pad, wo wir uns in den entsprechenden nächsten Raum wieder teleportieren können. Seht ihr hier auch. Das ist auch wieder so ein Ding auf dem Boden. Und was es dann auch netterweise gibt, es gibt dann auch noch hier eine Leveler-Tower-Rüstung. Ja, also das ist eine relativ heftige Rüstung. Könnt ihr hier schon von den Werten direkt sehen. Und auch, die ist auch ordentlich was wert hier im Spiel, ja. Also wenn ihr wollt, könnt ihr die direkt anziehen und nutzen. Und so gibt es dann auch Leveler-Waffen. Es gibt ein Schwert, ein Bogen, es gibt so einen Magierstab und solche Sachen. Also es gibt hier in diesem Turm echt so extrem viel zu entdecken. Und auch so viele Sachen, die ich immer wieder neu entdecke, dass ich das quasi gar nicht in ein 20-minütiges Video hineinpacken kann. Da können wir nochmal die Schwerter zum Beispiel sehen. Und da vorne geht es ein kleiner Geisthund. Ja, ist eigentlich ein Mini-Bär, würde ich sagen. Das scheint so das Haustier im Leveler-Tower zu sein. Seht ihr nur überall die Gemälde an der Wand. Und dann gibt es noch eine zweite Teleport-Karte. Und die wird euch dann zu den entsprechenden Drachenplätzen führen. Kennt ihr das? Auf dem Tigerreiten. Ja, das werde ich glaube ich auch meiner Mod vorstellen. Es gibt Logo natürlich diese ganzen normalen Sachen wie Schmiede und Co. Hier sehen wir die Map von den Drachengräbern. Ja, also auch hier könnt ihr das jeweilige Drachengrab auf Wunsch anklicken und ihr werdet sofort dahin teleportiert. Das finde ich ist eigentlich eine praktische Sache. Wobei das natürlich auch einfacher geht, wenn man irgendwie auf die Map klickt, wenn man das schon freigelegt hat. Aber okay. Also hier sehen wir zum Beispiel nochmal diese ganzen Sachen wie Lavendel und sowas, was es alles gibt. Das lässt sich auch automatisch einsortieren. Ich habe jetzt hier mit einem Nuller-Charakter quasi das Ganze gemacht. Hier ist nochmal so eine interessante Sache. Ja, ihr könnt ein bisschen Ambrosia spawnen lassen. Könnt auch schon sehen, das kostet normalerweise 1300. Und wenn ihr Bock habt, dann lasst ihr hier halt mal so einen ganzen Schwung runterbrasseln, sodass ihr euer Inventar vollpacken könnt. Wenn ihr das wollt. Ja, also das ist ja immer optional. Ich bin jetzt niemand, der das verurteilt, der sagt, du machst das Spiel kaputt oder so. Ehrlich, wenn das einer so spielen will, Leute, dann ist mir das scheißegal. Und ich spiele es jetzt zum, ja keine Ahnung, zweiten, dritten Mal irgendwie immer wieder an. Immer wieder mit einem anderen Charakter. Probier irgendwelche Sachen aus. Und für mich ist der Leveler Tower zum Beispiel total super. Wenn ich für ein Video eine bestimmte Fähigkeit brauche, dann kann ich die einfach hier erstellen. An dieser Puppe konntet ihr doch gerade eure Schlagzahl testen. Das wird dann auch nochmal im Display angezeigt. Und ich gehe jetzt aber mal nochmal eine Etage tiefer zum Garten. Das zeigt eigentlich nur, wie unglaublich umfangreich dieser Turm ist. Könnt ihr euch noch erinnern, wie klein dieser Turm war, den ich euch draußen gezeigt habe. Also hier müsst ihr auch keine Angst haben. Also wenn ihr irgendwelche Roboter oder irgendwas rumrennen, hier ist euch jeder wirklich freundlich gesinnt. Ja, und auch hier wird nichts irgendwie gegen euch gewandt, sondern der Kollege ist hier unterwegs, um Schädlinge abzuhalten, möchte ich mal sagen. In diesem Garten findet ihr halt auch jede Menge Kräuter und das ganze Zeugs, was ihr sonst so benötigt und ja, keine Ahnung, sonst irgendwo einsammeln würdet. Und es gibt dann sogar noch eine Stelle, da steht Work in Progress. Das scheint für mich so eine Art, ja, Museum oder sowas zu werden. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, es ist ja noch nicht fertig. Man kann es aber schon betreten. Das sieht relativ eindrucksvoll aus, wenn man hier so diese Treppe hochkommt und dem Drachen gegenübersteht. Hier stehen so mehrere Statuen rum, auch von Wehrwölfen und von Hexern und so all so ein Kram. Und es ist wirklich toll anzusehen fürs Video, vielleicht jetzt nicht ganz so spannend. Ich hätte mir da vielleicht noch ein großes Bett gewünscht, wenn das so meine Behausung wäre. Dieses Levelers Buch solltet ihr da aber auf jeden Fall nicht links liegen lassen, sag ich mal. So, dann sehen wir natürlich noch alle Standardgegenstände gibt es natürlich auch hier in diesem Haus. Also eigentlich in diesen ganzen Häusern, die ich euch mal nach wie vor vorstellen werde. Ich glaube, da gibt es mittlerweile keins, wo keine Schmiede drin ist. Ja, also da ist heute einfach immer alles reingebaut. Da scheint so fast Pflicht zu sein und das darf natürlich dann im Leveler Tower auch nicht fehlen. Aber da gibt es natürlich wesentlich bessere und genialere Sachen noch. Naja, außer hier diesem Ambrosia-Spawn-Kasten. Das sehen wir jetzt hier. Das ist nämlich die Arena. Ja, Riesenteil, Riesenraum, was ich sage. Also wenn man von außen den Turm sieht, dann denkt man, äh, was stellt ihr uns vor? So ein Miniturm und so. Auch hier alles bis zum Letzten verziert. Und das ist eigentlich hier eines der absoluten Highlights im Turm auch. Ihr könnt hier, ja, Gegner spawnen lassen. Kreaturen, Tiere, wirklich Zombies, Vampire. Ihr könnt hier alles spawnen lassen, was es nur gibt im Spiel. Also ich glaube, es gibt hier nichts, was man nicht spawnen lassen kann. Es gibt unendliche Möglichkeiten in unendlichen Größen. Hier ein Beispiel. Ich habe unten eine Spinne spawnen lassen. Ja, zack ist die Spinne da. Ich drücke nur einen Knopf und schon rennt die Spinne da unten in der Arena rum. Dann kann ich der Spinne natürlich noch irgendwie ein paar Gegner oder ein paar Freunde zur Seite stellen. Entweder kämpfen die dann Gegnern oder wenn ihr jetzt nur Spinnen habt, dann können die auch gegen euch selber kämpfen und so. Also es gibt wirklich unendliche Varianten, was ihr da machen könnt. Dann haut ihr da unten mal das Schlachtfeld voll und, äh, obwohl ich jetzt schon 20 Klicks gemacht habe, fällt das auf diesem Feld kaum auf, weil die ersten schon wieder tot sind. Wir haben hier auch einen Thron, von dem wir das Ganze eigentlich begutachten sollten. Wir haben hier unterschiedliche Fallen, die wir aktivieren können. Und wenn ihr genug von dem Ganzen habt, dann macht ihr einfach wumm. Dann zündet ihr quasi die Skyrim Moab. Und dann ist da unten alles Geschehene gegessen. Ihr könnt aber auch selber mit in den Kampf eingreifen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr selber runter in die Arena gehen und euch da, ja, üben und fit machen in den Kämpfen oder neue Fähigkeiten vielleicht ausprobieren, die ihr gerade ercheatet habt. Ercheaten. Cheaten ist auch immer so ein fieser Begriff. Die ihr gerade aufgelevelt habt im Leveler Tower eben. So, automatisches Speichern. Jetzt sind wir schon in den Wohnräumen angelangt. Also auch hier gibt es, ähm, ja, einfach so ganz normale Räume, die halt irgendwie hübsch beleuchtet sind, hübsch dekoriert sind. Ich glaube, dass man den Leveler Tower, äh, ja, oder ich jedenfalls nicht als normale Behausung nutzen würde. Ich besuche den ganz gerne, ja, weil der macht einfach Spaß. Aber natürlich habt ihr hier auch diese Puppen, wo ihr zum Beispiel, wenn ihr es wirklich als Wohnung benutzen wollt, äh, ganz einfach mit euren Sachen, mit eurer Rüstung bestücken könnt. Dann gibt es hier was ganz Lustiges. Wie in einer Lotterie könnt ihr hier Diamanten auf, per, oder per Zufall einfach vom Himmel regnen lassen. Diese ganzen Steine, die Findlinge sind hier auch allesamt untergebracht in diesen Räumen. Also es gibt hier wirklich fast nichts, also wirklich fast nichts, was es irgendwie nicht gibt im Leveler Tower. Und es gibt sogar, ja, ich weiß nicht, ist das die Hausmeisterin? Wer mir auf Facebook folgt, der hat davon heute schon ein Bild gesehen. Das fand ich, war dann irgendwie ein bisschen zweideutig, als die da aufstand mit ihren Riesentitten, äh, im knappen Bikini bekleidet und dann, äh, man die fragen kann, na, was hast du denn zu verkaufen? Das hätte mich nicht gewundert, ich, ich schwöre es jetzt, es hätte mich nicht gewundert, wenn es jetzt hier auch noch, äh, Prostitution Mod, äh, gegeben hätte, sag ich mal. Okay, wir wollen jetzt im Moment nichts kaufen, weil ich bin da auch noch Level irgendwie zwei. Dann hat die, glaube ich, eh nichts in ihrem Sortiment, was uns interessieren sollte. Da sind schon fast die Bücher über ihr interessanter, nämlich diese ganzen Zauberbücher liegen ja auch einfach so verstreut, die könnt ihr dann alle mal aufsammeln, da müsst ihr die nicht, ähm, im Spiel selber einsammeln. Oder ihr findet da halt mal ein Buch, was ihr sonst vielleicht im Spiel selber versäumt habt. So, jetzt kommen wir zum absoluten wichtigsten Part im Leveler Tower und wirklich, Leute, nochmal hier die Ermahnung an alle Spieler. Geht damit bitte vorsichtig um, benutzt das nur, wenn ihr das vielleicht schon mal gespielt habt oder wenn euch eine bestimmte Fähigkeit fehlt oder so. Oder macht, was ihr wollt. Ich bin nicht euer Vater. Ja, macht ihr, was ihr wollt. Ich kann nur den Tipp geben, seid einfach ein bisschen vorsichtiger damit. Und hier sehen wir wieder so eine Reihe von Knöpfen, so ähnlich wie wir es in der Arena gesehen haben. Und, ähm, mit diesen Knöpfen lassen sich halt eure ganzen Fähigkeiten mal anfüssen. Und unten der grüne Knopf, mit dem, äh, könnt ihr zum Beispiel alle begangenen Verbrechen auch einfach löschen. Ja, egal in welcher Stadt, drückt ihr einmal auf den grünen Knopf, sind alle Verbrechen, die ihr jemals begangen habt. Ganz einfach vergessen. So, jetzt könnt ihr hier sehen, Destruction. Also, ich kann jetzt hier mit einem Knopfdruck jeweils meine Zerstörung um eine Stufe steigern. Ich kann natürlich jetzt direkt so Button smashen machen und brr-brr-brr-brr-brr-brr-brr-brr-brr-brr-brr-brr, direkt den Button hier 50 Mal anhämmern innerhalb von 5 Sekunden. Dann levelt ihr euch ganz langsam und ganz normal auf und das Spiel vergibt dann auch ganz normale Stufenaufstiege. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie das so im Hintergrund abläuft. Dafür bin ich mit der Programmierungstechnik von Skyrim nicht genug vertraut. Ich weiß aber, wenn man einfach per Konsole sein Level erhöht, dass das wohl nicht so authentisch für das Spiel ist. Ja, also, es soll wohl besser funktionieren, wenn man das Level eben dadurch erreicht, wenn man eine Stufe aufgestiegen ist. Ja, also, wie das genau funktioniert, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier wirklich eine Top-Variante, weil ihr alles auf Knopfdruck neben euch habt. Hier können wir zum Beispiel auch sehen, hier könnt ihr auch nochmal eure Traglast erhöhen oder auch wieder runtersetzen. Ihr könnt zum Beispiel Critical Chance, das ist sowas, da könnt ihr zum Beispiel die Chance erhöhen, wann jemand so, naja, mit so einem spektakulären Move weggeschlagen wird. Ihr könnt hier diese einzelnen Shouts hinzufügen, ihr könnt eine Drachenseele hinzufügen und dann gibt es hier auch nochmal Leveler Bücher, da gibt es dann auch nochmal ganz spezielle Fähigkeiten. Da brauche ich auf jeden Fall auch nochmal eure Hilfe zu, weil wir werden jetzt gleich im Buch sehen, ne, nicht Leveler's Nightmare, das ist auch was sehr Geiles, könnt ihr ein Pferd spawnen lassen, so ein Teufelpferd, sondern hier, wir können einen Drachen spawnen lassen und dann könnt ihr aussuchen, ob einen freundlichen oder einen bösen Drachen und die freundlichen Drachen, die mir zur Hilfe kommen sollen, das habe ich irgendwie nicht gepackt, das macht er bei mir nicht, den bösen Drachen kann ich ohne weiteres per Zauberspruch rufen. Das ist ganz schön übel, weil ich kann 5, 6 Drachen hintereinander rufen. Wenn einer von euch weiß, wie das gehen sollte, dass man einen freundlichen Drachen ruft, ja, wer hier schon mal den Leveler's Tower benutzt hat, der kann das gerne in die Kommentare schreiben oder gerne auch per PM. Ja, das finde ich so eine coole Show, wenn man seinen eigenen Drachen rufen kann. So, hier habe ich die falsche Wassermord aktiviert, da sieht man, ist gerade leider nichts drin im Whirlpool, aber das ist hier anscheinend so eine kleine Sauna und wo die Sauna ist, da ist das Klo nicht weit. So, ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, das war auf jeden Fall mein persönlich erstes Klo, was ich bei Skyrim gesehen habe. Es gibt eine Dusche, es gibt Essensräume, es gibt eine Küche, es gibt eigentlich wirklich nichts, was es in dem Ding nicht gibt an Verrücktheit und also mir hat das unheimlich gut gefallen, der Leveler's Tower macht eine Menge möglich und mal abseits von diesem Aufleveln ist auch diese Arena eine wirklich, wirklich geile Sache. So, jetzt könnt ihr mir mal last but not least noch schreiben, was ihr von dieser Möglichkeit haltet, dass man sich hier einfach so künstlich aufleveln kann. Wie gesagt, meine Meinung ist, ich überlasse das jedem selber, ich sage derweil einfach danke fürs Zuschauen, Leute, bis zum nächsten Mal und haut rein!